Du weißt, dass es hart ist. Kleine Trach, was Fick dir was gibt. Was Raps? Das, was ich mache, ist Rapshit. Granatisch, Arschlag ist die Macht, Bitch. Ich Fick deine Stadt, wenn du meinst, dass sie krass ist. Okay, hier. Kehlkopf, Augen, Ohr, die Bumpen. Geh ich rein, schau. Hier einfach. Hier. Bump. Nochmal. Wenn du jetzt hier bist, ziehst du hier. Und hier. Bump. Ellenbogen. Okay? Bump. Bump. Auch wenn ich jetzt im Cringe bin, okay? Hier, der Dummog. Okay? Kehlkopf. So, ich heiße Sanchez Suda. Ich wiege... Nochmal von neuem. Mein Kampfgewicht. Ah, mein Kampfgewicht. Ey, ich kann es nicht aussprechen. Mein Kampfgewicht. Mein Kampfgewicht. Mein Kampf... Mein Kampfgewicht. Können wir einfach nicht drauf scheißen. Mein Kampfgewicht. Mein Kampf... Gewicht. Gewicht. Mein Kampfgewicht. Mein Kampfgewicht. Mein Kampfgewicht. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Weil ich mir ein schönes Leben gemacht habe. Also ich habe nie irgendwie rumgejammert oder so. Ich habe mich immer überall durchgekämpft, durchgehustelt. Aber irgendwann habe ich dann eine Arbeitsstelle gefunden, wo ich ein halbes Jahr Vertrag bekommen habe. Das war als Gabelstapler. Und das war mein Traumberuf. Es gibt Menschen, die behindert sind. Und nicht laufen können. Weil sie körperlich behindert sind. Super, ich schweige mich nicht impfen. Junka geht weg, Naum. Yo, das ist PS Sports. Manu Elzen, brudem. Was ist das? Oh, shit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was hast du denn? Nur in der Zeit. Der. Der. Geil, Alter. Was macht ihr doch mal? Ja? Ja? Ja, was ist das? Mir macht keine Ansagen und droht mir. Es macht keiner. 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 Ich fick deine Mutter, du Hurensohn. Ganz einfach, ich ficke dich, Flair. Ich ficke dich. Flair, in NRW vorbei! Als ob ich mich von dir, Lauch, einfach ein Nigger sagen lasse. Fett. Flair, du bist ein Hurensohn. Keiner nimmt dich ernst, Alter. 30.000 Euro Uhr. Patrick, das wird uns für eine einmalige Sache. Wollah, ich könnte heulen, und zwar innerlich vor Wut, weil das geht uns auf den Keks. Ihr sagt... Bitte! Schieee! 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 Man hopper ut Now look at this Oh, fuck the fuck They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, and you just can't get into it, because they look like that This one woman said to me, I'm so happy that you're Kurder and not a Russian, Russians always break my heart I'm sorry, I'm sorry German, I'm not Russian I want Putin I'm sorry That was makin' and short Hey, help us with men Hey, let us out Hey, let us out Hey, let us out Hey Hey We're going toazione Hey 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 What What Why We're not What Die Leute wollen jetzt schlafen, jetzt Mittagsruhe und jetzt verschwinden, das hau ich dir ein, hör mal. Ich werde niemals verstehen, wie unfreundlich meinem Einzelhandel sein kann. Esst dann, sei leise. So, ich weiß, es ist stressig, aber wenn ich dir nett hallo sage, dann sagst du auch hallo, du hast nur verstanden. So, ich weiß, es ist schrouft. Bis zum nächsten Mal.